Sieht mal, da stimmt etwas nicht! Oh nein, was... was ist passiert? Ruhig, Männer, sie werden mit UV-Licht bestrahlt und können sich unmöglich bewegen. Ganz vorsichtig nähern. Findet raus, was los ist. Zu Befehl! Von Stroheims Truppen zu verlieren, hat uns eine wichtige Lektion gelehrt. Am sichersten ist es, die Säule vollständig herauszuschneiden und sie in einem sicheren Bunker im Reich unterzubringen. Ich würde gern wissen, was hier gesehen ist. Bei diesen ganzen Fatten kann man viel zu wenig erkennen. Geht es mir heran? So? Ich... ich höre irgendwas. Ein Hohn! Aber das ist unmöglich! Er macht auf! Beeilung schafft doch, wir UV-Licht mehr! Befehl! Er deckt die ganzen UV-Lach mit Blut und Eingeweiden! Wir haben keine Chance! Er... Er hat gesprachen. Er hat gesprachen. Er hat gesprachen. Möhm! Gebulbber! Ich gebe dir meinen Gestern!